Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 9 Fakten über Stefan Raab. Ja, es ist schon sehr lange her seitdem Stefan Raab die große Bühne verlassen hat und ich dachte mir zu seinem Ehren mache ich jetzt einfach mal 9 Fakten, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet, über Stefan Raab. Also bleibt dran. Fakt Nummer 1 Raab verkündigte, dass er sich gegen Ende des Jahres 2005 aus dem Medienwelt zurückziehen und seine Karriere beenden wird. Seitdem blieb es auch um ihm still. Das einzige Mal, dass er noch auf der Bühne stand, war auf seiner eigenen Show, die Ende letzten Jahres in der Lengses Arena stattgefunden hat. Fakt Nummer 2 Gemeinsam mit Nike hat Stefan zwei Töchter und die Familie hält zwei Hunde. Fakt Nummer 3 Insgesamt stand er bereits rund 2100 Mal vor der Kamera. Hättet ihr es gewusst? Fakt Nummer 4 Seine Frau trägt den Namen Nike und arbeitete als Redakteurin bei der Produktionsfirma von TV Total. Fakt Nummer 5 Der Moderator schirmt sein Privatleben völlig vor der Öffentlichkeit ab. Man kann es ihm nicht verübeln bei der heutigen Medienlandschaft. Fakt Nummer 6 Schätzungen zufolge beläuft sich sein Privatvermögen auf 70 bis 110 Millionen Euro. Falls ihr übrigens noch mehr über die Gehälter von großen Stars wissen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann können wir dazu auch noch mehrere Videos machen. Ansonsten geht es jetzt zum nächsten Fakt, und zwar Fakt Nummer 7 Startete er zuerst einmal musikalisch durch. Er produzierte Werbejingles. Fakt Nummer 8 Der Entertainer studierte fünf Semester Rechtswissenschaften und machte parallel dazu eine Ausbildung zum Metzger. Fakt Nummer 9 Stefan Raab hat einen eigenen Duschkopf erfunden. Das Ganze nennt sich, ziemlich kurz und knapp, Dusch. So, das war es schon wieder mit den neuen Fakten über Stefan Raab. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr gewusst habt. Ansonsten, ja, es war ein sehr kurzes Video, ein sehr kurzes Faktenvideo, aber ich habe letztens mal in den Kommentaren gelesen, dass ich mir etwas kürzer halten soll. Schreibt mal, ob das jetzt nicht zu kurz war. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.